Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization Beyond Earth Noch immer in derselben Aufnahmesession wie in der letzten Folge auch, oha oha In der Folge davor und in der Folge davor Genau, Krishi ist auch noch mit dabei Wie in der Folge davor Ja genau In der Folge davor Ja und dann einmal was ich eben gerade bzw. in der letzten Folge geschildert habe Hier der Hutama hat hier jetzt mittlerweile seine siebte Stadt Geht richtig ab Und ja Ich gehe hauptsächlich jetzt hier darauf, das hier weiter zu erforschen Müssen wir Krishi natürlich nicht unbedingt verraten was Auch wenn er sich's eigentlich denken könnte Aber egal Wir lassen ihn mal ein bisschen im Dunkeln Jetzt ist er bestimmt erstmal verwirrt durch das, was ich gerade gesagt habe Auf jeden Fall, warte, ich muss das da unten erforschen Ich weiß auch, das da oben Ich brauche das So Alter, wie viel ich erforschen kann, ne? Ja, so Wir warten natürlich mal wieder auf den Krishi Oh ja Könnt auch noch eine Minute warten Du kannst dir noch was zeigen Ich muss noch ein bisschen Ich hab hier nichts zu zeigen So, bei dem hier können wir einfach nichts mehr bauen Achso, okay Ich dachte gerade schon Ähm Oh Gott, selbst wenn ich so weit bin, das wird ja noch ewig dauern Oh Oh ja Genau, das denke ich mir auch die ganze Zeit hier So, auf jeden Fall ist der hier jetzt gleich so weit Kommende Runde ist er fertig Dann gehen wir nämlich erstmal auf das Ding hier Okay, bin soweit, nächste Runde Alles klar Bytegeist von Daoming Sohua vollendet Jo Ähm, so Ey, was soll denn der Scheiß? Eigentlich sollte der doch fertig sein Boah, ich habe gerade deutlich weniger Forschung Was soll denn der Scheiß? Achso, war der Handelsweg Oh, nö Wie ist der Runde? Zu ne Scheiße hier Äh Nö, das ist mir zu Oh Gott, der hat da noch eine Stadt hingesetzt Alter Schwede Dieser Kraburst hier expandiert aber auch ganz schön So, wie viel Oh, ne, wir haben ein bisschen wenig Energie zur Zeit Da kaufen wir uns jetzt nix von Du hast mal wenig Energie? Naja, ich mache zwar Ja gut, 46 mache ich gerade die Runde Warum nur noch so wenig? Und habe nur 694 Energie, von daher Okay Huch Sehr gut, Energie abgeschöpft, ist erfolgreich Da habe ich mal gerade 1000 Energie dazu bekommen ungefähr Okay, 847 Dann können wir jetzt hier doch einmal kaufen Und zwar Kolonisten Wir bauen jetzt auch unsere fünfte Stadt Habe ich beschlossen Äh Uh, das Neurolabor klingt gut 10% Wissenschaft dazu Neue Forschung Nehmen wir natürlich das hier Hier können wir Neue Operation wählen Da probieren wir mal Technologie zu stehlen Vielleicht klappt es ja Oh, ich habe das Erdölfeld da oben Sehr geil Das heißt, ich kriege gleich noch 7 Erdöl dazu Es ist die Frage, wo stelle ich die neue Stadt hin Entweder hier oder da Ich denke, hier ist Warum ist da jetzt ein Belagerungswurm? Willst du mich verarschen? Vielleicht Ja, auf jeden Fall will er mich verarschen Die ganze Zeit ist hier nix los Und jetzt, wo ich dann da einen Kolonisten baue Der da irgendwo hingehen soll Kommt ein Scheiß Belagerungswurm Nächste Runde Äh Hoffen wir mal, dass der uns nicht angreift Meine Güte Was habe ich denn hier jetzt alles für Einheitenbewegung Ich brauche gleich dringend noch zwei Bautrupps Das geht gar nicht klar hier Das klingt gut Haben wir noch einen Bautrupp? Äh, ne Handelskonvoy meine ich Oh, warte mal Da haben wir einen abgestürzten Satelliten Aha Aha Das sehe ich ja jetzt erst Questentscheidung Äh, Erkunder können wassern, oder? Erkunder können wassern, ja Okay, alles klar Das ist natürlich mal interessant Das erforscht man schon sehr sehr früh, dass die das können Ja Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass da Amiasma ist Hoffe ich mal, dass ich nicht zu viel Schaden kriege da Wie viel Leben hatten so ein Erkunder Das sieht man gar nicht Wie Goldressource geklaut, was ein Arschloch Boah, Energie abschöpfen ist dann so viel geschlagen Da sagst du, soll ich die Stadt hinsetzen? Okay So, fang mal damit an So, ab in die nächste Runde Du kannst das ruhig bauen, das ist eine gute Idee Ich kann so viele Gebäude bauen, das ist krank Was in allen Städten? Ich komme gar nicht hinterher Tja Genau, da wollte ich sie auch hinsetzen Alles klar Da brauche ich eine neue Produktion Dann hauen wir das Ding da raus Der Erkunde Was hat hier mal Ach, warum sind denn da jetzt Aliens? Was ist denn der Kack? Da haben wir jetzt ein paar Korallen Warte, warte, warte Was kommt denn hier jetzt? Hallo Was wird das denn, wenn es fertig ist? Was denn? Oh mein Gott Ich glaube, der Grüne plant gerade mal wieder hier in der Offensive gegen mich Echt? Ja, da kommen wir gerade mit ordentlich Einheiten an Okay Will ich aber gar nicht cool, doch Vor allem würde er da hinten hingehen Das ist überhaupt keine Sicherung Alter, was geht hier mit Aliens ab? Ihr müsst euch da mal verpissen Äh Äh Komm, hau mal ne Artillerie raus hier Ich muss mich gleich verteidigen, kein Falzer angreifen sollte Irgendwie sieht das nämlich gerade arg danach aus Alter Schwede Komm, vielleicht ist mein Wunder jetzt sofort fertig, wenn mir jetzt keiner geklaut hat Ja Alter, what the fuck Was geht denn hier gerade ab? Ähm Ja, machen wir das mal Und du kriegst Das hier mal So, anstelle von der Artillerie habe ich jetzt den Erzieher So, anstelle von der Artillerie habe ich jetzt den Erzieher Ja Ich habe es in den nächsten Level genommen, Mann Okay, das ist gar nicht übel Machen wir auf jeden Fall mal Ne neue Forschung brauche ich So, wo ist denn das nächstbeste? Vermutlich ist es da So, mittlerweile haben wir zehn Reinheit, das ist gut Ah, ich bin bei zehn, äh Dingens Kirchen Vorherrschaft Da habe ich fünf Und Harmonie habe ich vier Reinheit und Harmonie sind beide noch auf eins Die lasse ich mal komplett links liegen Mann, die Aliens verpissen sich da nicht Das ist doch scheiße Ich komme nicht an den blöden Dingens Kirchen da ran Oh, und Krischi ist mit den Punkten an mir vorbeigegangen Oh, das ist nicht zu knapp Alter, was hast du denn da für einen Punktesprung gemacht? Ja Das war ganz ordentlich Ah, Wissenschaft gestohlen, sehr gut Sag mal, kann der Typ sich jetzt mal verpissen da? Das geht mir Alter, rotte Shit Achso, das ist so eine kleine Insel Die können sich da nicht verpissen Oh, nö Eine Insel mit zwei Bergen Alter Ah ja, geil Jetzt können wir das Ding bauen Lohnt sich das vielleicht Das Ding zu kaufen? Kann ich mir das leisten? 1290 Da bin ich ja fast pleite bei Ja, egal So, du verschanzt dich mal Und die offenen Grenzen sind Passig Alter, was willst du hier? Das gefällt mir gar nicht Dass er hier so viel Truppenbewegung an meinen Grenzen hat Naja, das hat er hier bei mir auch die ganze Zeit Aber er traut sich noch nicht, Gott sei Dank Er weiß, wer der Baba im Behörd ist hier Pfff Ja Der Handelskonvoi muss neu Geil Ja, ein halb nötig Befehle Ich glaube, das Spiel hängt gerade so ein wenig bei mir So, jetzt geht's wieder Hei, 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 hei Gott, hab ich kalte Hände Echt? Geht gerade Boah So, sorry Ich musste kurz den Satelliten abschießen Und mal gucken, was der jetzt eigentlich so macht Die gute Holo-Matrix Hei, 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 hei Sooo Freunde der Sonne Oh, ich hab 13 Geo, Tammy Du bist ja mal nicht verkehrt, du Ich war Hast es dann langsam mal Ja, gleich, gleich, gleich Meine Güte Sie wollen was auswählen Echt schlimm gerade Okay Oh mein, warte Oh Gott, jetzt hängt das Spiel bei mir aber richtig Jetzt wird es wieder ein Ladebildschirm geben Go Ja Krischi überfordert das arme Spiel hier Oh ja Oh Gott, bin ich müde Wie lang geht die Folge noch? Äh, die geht jetzt noch etwas über 6 Minuten Na gut, schön Dann schaffen wir ja doch noch was Ja, so Erstmal wieder rauszoomen Alles nachladen Jo Gött, alles klar Alles So So Nächste Runde Alles klar Oh, saugeil Okay Das klingt auch nicht so schlecht So Wie sind denn deine Werte eigentlich gerade? Äh, 74 Kultur mache ich Okay, mache ich 116 Alter 11 Gesundheit Habe ich 7 Äh, 65 Energie die Runde Habe ich auch nur 7 Und 65 Äh, Quatsch 241 Wissenschaft Wie viel? 241 Cheatest du? Nein Ich habe 208 Wie hast du mich jetzt überholt? Hahahaha Alter, der macht mich kirre da mit seiner ganzen Truppenbewegung Wie hast du mich mit Wissenschaft jetzt überholt, Junge? Das macht mich jetzt gerade voll fertig Ich meine, Zynosur gibt plus 7, aber das kann es ja nicht sein Hui, was ist jetzt los? Meine Siege haben sich aktualisiert? Bei mir auch Ich soll die Nanorobotik erforschen Ich soll die Schwarmintelligenz Und dann die Nanorobotik Nö Würde ich nicht Äh Na, hat schon jemand gebaut, schade Na gut Dann kannst du weitermachen, einfach So, warte, wo waren wir hier? Genau Das Ding brauche ich Warte mal, was ist denn jetzt los? Halt, stopp Warum? Was ist los? Das Spiel wurde bei mir hart zurückgesetzt Wieso hart zurückgesetzt? Ich bin wieder bei Affinität Stufe 8 bei Vorherrschaft Hä? What the shit? Oder, äh, kann Irgendwie ist auch eine Forschung bei mir wieder weg What? Bei mir ist alles normal Lol That is crazy Oder können Leute sowas erforschen, von wegen, dass Eine Forschung bei jemand anderem weg geht Ich meine nicht, wie soll das denn aussehen? Weiß ich nicht Aber auf jeden Fall ist eine Forschung von mir weg Nämlich? Äh, ja, gemeinschaftliches Denken Dadurch habe ich jetzt zwei Affinitätsstufen wieder hier verloren What the fuck Hä, das höre ich aber auch zum ersten Mal Also bei mir ist alles normal hier Okay Komisch Strange Ohja Das ist ein Mysterium Ohja Ohja, äh, oh Gott, was bauen wir denn hier jetzt mal Bauen wir mal Das Ding Der muss erst in Stellung gebracht werden Okay Kannst du mir mal erzählen, wie du so viel Wissenschaft kriegst? Leider nein Leider nein Hast du gemacht? Äh, ha, ha, ha Hauptsächlich kriege ich es aus den Städten Produzierst du einfach Wissenschaft in einem Städten statt Gebäude oder wie? Das mache ich in einer Stadt Okay Das mache ich in gar keiner Ich muss in allen bauen Viel zu viele Leute Kann ich hier jetzt mal wieder was bauen? Oh, ich kann da mal wieder was bauen Dann bauen wir da auch mal wieder was So, jetzt mache ich nur noch 238 Wissenschaft die Runde Okay Ähm, ich baue erstmal eine Klinik Eine Questentscheidung Mein Gott Ich kann viel zu viel bauen Mach mich fertig Tam, tam, tam Ohja So, jetzt bin ich mal gespannt, was gleich passiert Weil jetzt gleich komme ich wieder auf Affinitätsstufe 10 Aber die Upgrades für die Einheiten habe ich schon Dann wird wahrscheinlich einfach nichts passieren Ich wollte ja gar nicht, wenn ich so tüterlike nochmal wieder upgraden kann Das wäre Ja, ich würde ja gar nicht sagen, dass ich so tüterlike kann Er lädt und lädt und lädt Und heeey Affinitätsfortschritt Ja, aber aufwerten kann ich es nicht, schade Oh Oh, ein Alien-Nest entdeckt Oh, ein Alien-Nest entdeckt Gott, was ich da noch alles brauche Achso, aber das gibt ja ordentlich Das ist sehr schön Dann habe ich das Gut, und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch einmal in die nächste Runde Aber das war es dann auch erstmal für heute Genau, aber auch in dieser Aufnahme-Session Genau Und beim nächsten Mal müssen wir uns also wieder einarbeiten Richtig Ach, wir warten auf Spiele Aber ich habe in dieser Aufnahme-Session Sascha doch deutlich überholt, muss man sagen Bis jetzt Ja, das stimmt Aber vielleicht spezialisiere ich mich doch ein bisschen zu sehr Vielleicht, ich weiß es nicht Ich auch nicht So, ich bei mir braucht nur eine Einheit Befehle Das mache ich dann nächstes Mal Ja Leute, ich danke euch vielmals wieder fürs Zusehen Hoffe, es hat euch gefallen Und schaltet doch auch nächstes Mal wieder zu Sid Meier's Civilization Beyond Earth ein Und jetzt wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag Haut rein Tschüss